Soll ich einfach so reinmarschieren, dass wir jetzt noch besser kommen? Hallo, wir sind Neuland. Heute ist der letzte Tagebucheintrag. Und wir präsentieren unser neues Album. Sechster, Sechster. Im Backstage Werk und ich bin auch dabei. Und wenn ihr Bock habt, vorbeizukommen, dann kauft Karten. Und so sieht das Album aus. Und was noch viel besser ist, wir haben auch einen Vorwend. Das sind die Burritos und danach ist Party. Karten gibt's auf entdecke-neuland.de, aber nur noch bis gestern. Und im allgemeinen Vorverkauf und an der Abendkasse. Wir haben viele Überraschungen für die Show eingeplant. Ihr habt einiges zu erwarten. Ihnen auch. Dem Haui wird wieder die Seite reißen. Wir spielen übrigens im Backstage Werk. Nicht in der Halle, das könnte man leicht verwechseln. Die Nachfrage war so groß, deswegen haben wir es ver... Äh... Du wisst schon, was ich meine. Im Werk und ich bin auch da. Und ich auch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich freue mich tierisch. Ich zeige euch einfach nochmal das Album. Vorsicht, Schrittgeschwindigkeitsfahren. Alter Schwede, jetzt wird's schnell langsam. Ich will euch. Wir machen uns schon mal ein bisschen warm. Ich bin mehr, mehr, mehr davon. Auf dem Schwungbett. Und jetzt bin ich raus. Vorsicht, jetzt kommt gleich Lukas K. Ah, lasst die besseren Zeiten beginnen. Da ist er schon. Aber ich will mehr. Alter, was ist... Hey, ey, das ist verdammt hart hier. Scheiße. Ich weiß auch nicht, was... Also, es wird einfach... Also, nee. Zum ersten Mal auf der Neuland-Bühne Möpse Live. Und falls ihr euch schon immer mal gefragt habt, wo eigentlich der hübsche Max ist. Äh, eins ist noch wichtig. Ihr könnt das Album auf der Homepage kaufen, entdeckeneuland.de und auf. Amazon. iTunes. Music Load. Music Load. Oder auch einfach bei mir. Wir können auch einen Privattermin machen. Ja. Genauso. Daniel! Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. War's schon. So. Und cut. Da ist die Klappe. Bessere Zeiten. Die erste. Das war's. Wahnsinn. Bist im Bild. Okay. Bist im Bild, ey? Herzlich willkommen. Boah. Drei. Ta. Fünf.